Noch eine weiter und dann rechts, da ist so ein Dach für Das ist so ein großes Ja, okay, ich überlege gerade, ob wir kurz die Leiche abchecken sollten Ja, können sie ja machen Ja, die kommen ja gar nicht rein, ist ja der Hammer Ja, komm, da scheiß drauf Ja, da kann man rein Ja, da war ich auch schon einmal drin, vielleicht ist ja was Neues gespawnt Achso, ja Liest du zwischendurch Facebook und guckst, wer die Hacks beschreibt oder Ja, wenn Leute, also ich lese kurz, ich lese zwischendurch so die Nachrichten und Kommentare, ob da sowas drinsteht, ja Ja, also bis jetzt ist mir noch keiner auf Aber Ich wurde auch noch nicht gehackt, aber ich habe schon ein paar Kommentare gelesen Wo drinsteht, hier, ich wurde gehackt Ja, das Problem ist, ist natürlich immer schwierig, ob man den Leuten dann sowas glauben kann Ja, ist auch so Ich geh schon mal ins nächste da, ja Ja, hier ist nur Tanktrap-Kit Hier ist nur Tanktrap-Kit Hier links ist direkt Ja, das große, da sind voll auf, äh, Engine Pass drinnen, auf jeden Fall Und sonst noch hier links So ein großer Sporn hier links gegenüber auch noch Okay, das ist gut Aber hier schauen wir nicht Ja, davor liegen Rotorblätter, aber damit können wir nichts anfangen Nee Dann gegenüber ist ja Direkt, äh, auch noch einen Das ist da immer ganz, äh Das ist das Größte, glaube ich, was es gibt, dass Da gibt es richtig viele Autopäne immer Ja, dann wollen wir mal unser Glück versuchen Ja, da habe ich letztens auch noch, äh, einen hier zusammengebaut Da hatte ich das gleiche, da habe ich einen Quatsch zusammengebaut Da habe ich da alles drin gefunden, also Ich brauchte gar nichts anderes mehr Ah, da sind wieder Rotorblätter Hier nochmal Hier auch Hier liegt Scrap Metal Äh, ich kann da mitnehmen, ich habe nicht, ich habe noch nicht Oder nimmst du da mit? Ich habe ja voll wenig Platz, fällt mir gerade auf Nimmst du das jetzt, oder? Warte, ich muss kurz Inventar aufräumen Hab, ich habe Platz Ja, das ist gut, dann Äh, achso Da hast du Jetzt habe ich Aber Engine fehlt immer noch, wa? Können oben auch Sachen spawnen? Ja, ja, da sind immer Viel, oft, also Oft so Sachen Brauchen wir noch einen? Ne, der war grün, ne? Ja, der war grün Ich glaube, da repariert auch noch ein anderer dran Weil da lag eine Diese Bauernsneife Ja, aber die lag da schon am Anfang an drin, glaube ich Hier ist noch ein Reifen Ah, okay Also, ich hoffe, der ist mittlerweile draufgegangen Ich glaube, der kann nichts mehr spawnen Na, verdammt Hier fehlen immer noch Engines Beziehungsweise ein Engine So viele Helikopter Ja Da hinten sind noch Ist noch eine Halle Ah ja Ja, die kann man ja auch noch mal inabschicken Ich glaube, ich glaube, da ist auch noch ein kleines Ein kleiner Industrial Ja, da Geh schon mal zur Halle Ich gehe da kurz reingucken Alles klar Mein Gott, zwei Reifen Das ist doch echt behindert Gib mir doch mal eine Engine Einen Engine heißt es, glaube ich Nicht ein Oh, wobei Ich weiß es gar nicht Ist ja eh ein englisches Wort Give me An Engine I am an Engine Trust me Ja, ist doch schon mal gay hier alles Keine Engine Parts Doof, doof, doof Ist das hier überhaupt ein Industrial Spawn? What bist du? Map! Aber geil Ich werde hier richtig gut ausgerüstet Ne, ich will nicht noch mehr Crap mitnehmen Ja, ja, ja Fuck Zombies Wir können mich mal Schön die Eier kraulen Erstaunlich, wie wenig Leute man hier sieht Hä, ist der Maxi nicht reingegangen? Ich gucke zwischendurch immer unten links, ob jemand gestorben ist Ach, ist doch scheiße Ja, davon haben wir genug Und dein ist auch noch Ja, dein ist Also Keine Engine Parts Ah, fucking Zombie Ich muss schießen Wollt ihr mich verarschen? Der Zombie stirbt nicht Ich bin in dem kleinen Ding In dem kleinen Häuschen Ich seh dich, Ganky Alter Bist du tot? Noch nicht Jetzt gucke ich mal kurz in den Ist alles okay, irgendwie? Soll ich hier nochmal ein Bluttransfusion geben? Ja, die kriegst du auch wieder Ich hab noch 1300 Blut Morphin kann ich mir selber geben Ja, ich mach jetzt mal Ey, wie Wie mich die ganze Zeit die Zombies irgendwie durch die Wände geschlagen haben Das war schon krass Ah ja, das passiert irgendwie manchmal So, eine Sekunde Komm schon Irgendwie geht's Irgendwie kann ich dir keine geben Mal eben rausgehen Ja, okay Ja, moment Jetzt geht's Ah, perfekt Das will nicht Eine Sekunde Ich verschüsse Das war glaube ich nach Feuer Naja, klingt so Irgendwie kann ich mir keine geben Jetzt geht's Das hat mich bewegt Fuck ey Hat's trotzdem funktioniert? Nee Okay, ich mach nochmal Irgendwie dauert das voll lange Bis der sich mal bewegt Okay Jetzt aber Hä, wieso hab ich denn immer noch 1300 Blut? Ist das okay oder was? Irgendwann stimmt hier nicht Geht hier wieder einer? What the fuck? Hallo Hallo Wer spricht? Ein freundlicher Niemand besonderes Oder ein böser Niemand besonderes Nein Freundlich Ich hab gerade meine Waffe Ja, das ist die richtige Antwort Ich geh mal kurz hier raus Versuchen wir nochmal Mit der, mit der Dingens hier Ich hab immer noch 1300 Blut Hast du Bloodbags verloren? Nee, hab ich nicht Irgendwie kann ich die immer noch Komisch Jetzt hab ich Jetzt hab ich 12.000 Blut Was ist denn das für ein Leck? Ja, vielleicht liegt an der Anzahl der Spieler Das ist ja ziemlich voll hier Ja, das wird sogar ganz wahrscheinlich so sein Ja, war Ich hab Scrap Metal wieder Das hab ich da reingelegt Achso, ja Fuck ey, wie spät haben wir 17.45 Okay, fertig Okay, fertig Wo bist du jetzt? Ja, du bist gerade an mir vorbeigelaufen Ja, scheiße Was machen wir jetzt ohne Engine Haben wir noch Häuser Nicht durchsucht Ja, den hab ich nicht mal gesehen? Den hab ich nicht mal gesehen Nein, der hat auch auf uns gezielt Ich weiß nicht genau, aber der hat Ja, das war schon okay Ich weiß aber nicht, ob der jetzt tot ist Oder so Keine Ahnung Ich weiß es nicht Auf jeden Fall wird er erstmal ausgeschaltet sein Ah, der redet mit uns Wo ist er denn? Ich würde auch sagen, weg hier Sorry, dass du friendly warst Das war Unglücklich Aber du hast noch ein bisschen zu sterben Nimm's nicht persönlich Ja, sorry, hätte ich mich anders verhalten müssen Erschieß mich einfach noch Soll ich dich erschießen? Ja, ich glaube, es gibt dir keine Chance mehr für mich Also mach einfach Kannst dir meine Waffen nehmen und Zeug Wieso stirbst du nicht? Ich weiß nicht, ich sehe einmal, dass ich Blut verliere Komisch Sind deine Knochen gebrochen? Ja, das auf jeden Fall Ja, dann kannst du Escape drücken und äh Bist du jetzt tot? Ich glaube, er ist tot Ah, er ist jetzt tot Ey, ihr braucht nur noch Engine-Parts Äh, mein Freund hat gerade das Auto fast fertig repariert Jetzt sind wirklich nur noch die Engine-Parts Na, fuck ey Sollen wir nochmal das, äh, große Haus da hinten abchecken, oder was? Ja, auf jeden Fall weg hier Nach der Rumballerei Ich gehe nochmal mit mir rein Ah, hier ist immer noch der gleiche Quatsch Ja, hier oben hat sich was geändert, aber Oh, jetzt nix, jetzt nix Wo ist denn der Bram jetzt? Ne, der ist schon offline Der, der musste sich noch, äh Hast du der Einfiege noch? Hast du der Einfiege noch? Ja, und ich muss ja auch in 10 Minuten weg Das ist ein bisschen blöd Achso, ja, okay Ja, keine Ahnung Wir können das auch fertig reparieren Und ich schreib dir eine Ähm, Nachricht einfach bei Facebook Wo wir das deponiert haben Dann könnt ihr das weiter benutzen, oder so Okay, ja, das wäre natürlich fucking geil Müsstens aber gut verstecken Ja, dann machen wir das Wir geben dann unser Bestes Und dann sagen wir euch da Bescheid irgendwie Ja, du kannst mir ja eine Nachricht Bei meiner Facebook-Pizza-Seite schreiben, ne? Ja, alles klar Super, vielen Dank, Max Und, äh, Freund, der neben Max sitzt Ja, ja Kein Ding Ja, äh, so Da seid ihr auch in der Aufnahme mit drin, ne? Also alle Zuschauer, dankt Max Ähm, dann verdrück ich mich jetzt noch in den Wald In den Norden Und dann log ich mich aus Ja, alles klar Super, ne? Bis dann vielleicht nochmal Ja, und Ciao Ciao Okay, jetzt wird Jetzt wird gerannt ohne Ende Das will ich nicht nochmal verlieren Jetzt hier reingucken Hier sind gar keine Engine-Parts Ne, okay Ich bin zu nah am Krankenhaus Fällt mir gerade auf Ich laufe ein bisschen weiter In die Richtung Krankenhaus, äh, ist ja nicht so optimal Wie wir schon festgestellt haben Fuel habe ich, wenn ich mich recht entsinne Auch noch dabei Das ist ja schon ganz praktisch Wenn man, ähm, quasi bei Facebook schreibt So, dass jetzt unser Server kommt Mal mitzocken Und da dann doch so viele so Netze Nun uns helfen wollen Man uns nicht jeder direkt umwallern will Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen Aber schon krass Wie lang man, wie lang man An dem, äh, an dem Auto dann sitzt Wenn man da dann rumfummelt Fummel, fummel So, ich renne jetzt hier hoch Ist da oben in den Wald Gucken wir mal, ob Ob die da tatsächlich hinbekommen Mit dem Auto Und die da irgendwo geil verstecken Dann können wir cruisen Die geilen Nutten Renn schneller, Bitch Ich denke, ich setze mich hier In so eine Tanne Hier so Alles klar Danke fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Haut rein, Leute